Alle lieben Apple. Die Benutzerfreundlichkeit, das Design und die Leistung. Die Sicherung und Verwaltung von Apple-Geräten im großen Maßstab kann aber schwierig und zeitaufwendig sein. Ob Großunternehmen oder Start-up, für die Verwaltung von Geräten, Benutzer, für Authentifizierung und Sicherheit spielen viele Faktoren eine Rolle. Hier kommt Jamf ins Spiel. Jamf erspart Endbenutzern wie Sandra, für die verschiedenen Tools, die sie bei der Arbeit einsetzt, bei Erhalt ihres Macs Geräteeinstellungen einrichten, Apps installieren und Logins erstellen zu müssen. Jamf erspart IT-Administrator Bill die scheinbar endlosen IT-Help-Desk-Tickets zu Passwort-Rücksetzungen und manuellem Imaging. Jamf ist die führende Apple-Enterprise-Management-Lösung und ermöglicht Ihnen, neue Hardware direkt auf den Schreibtisch Ihres Mitarbeiters oder zu ihm nach Hause zu schicken. Dann muss der Mac lediglich ausgepackt, die Tastatursprache eingerichtet und eine Internetverbindung hergestellt werden. Und schon verwenden Sie ein vorkonfiguriertes Gerät genau Ihren jeweiligen Rollenanforderungen entsprechend. Jamf ist die einzige Apple-Enterprise-Management-Lösung im großen Maßstab, die den gesamten Apple-Lifecycle automatisiert. Von der Bereitstellung, Verwaltung bis hin zur Sicherheit. Dadurch können die IT- und Informations-Sicherheitsabteilungen Zeit sparen, die Sie dann für andere Arbeit, wie zum Beispiel innovative Projekte einsetzen können. Jamf ermöglicht Ihrer IT-Abteilung den Zugriff auf Dashboards mit Bestandsinformationen, dem Status all Ihrer Geräte und allen ungewöhnlichen Sicherheitsaktivitäten in Echtzeit. Sie haben auf einem der Geräte unter Ihrer Verwaltung etwas Ungewöhnliches gefunden? Identifizieren, analysieren, sperren und korrigieren Sie alle Mac-spezifischen Sicherheitsbedrohungen und Viren. So einfach ist das. Sie stehen unter hohem Zeitdruck, um das neueste OS sofort bei dessen Einführung auf Ihren Apple-Geräten bereitzustellen? Sie können darauf zählen, dass wir im Hintergrund mit Apple zusammenarbeiten und für jedes neue OS am Tag der Einführung Same-Day-Support anbieten. Unsere Apple Enterprise Management-Lösung ist mit wichtigen Sicherheits- und Datenschutzgesetzen und Vorschriften konform, wobei gleichzeitig die vollständige Apple-Erfahrung gewahrt bleibt. Sie benötigen Hilfe? Unsere globalen Support-Teams stehen jederzeit für Sie bereit. Sie suchen nach Best Practices? Treten Sie Jamf Nation bei, der größten Apple-Admin-Community. Falls das noch nicht reicht, können Sie mit unseren Präsenz- und Online-Schulungskursen das Prädikat Jamf-zertifiziert erwerben. Jamf konzentriert sich ganz auf Apple, damit Sie all Ihre Apple-Geräte mit minimalem Aufwand verwalten, verbinden und schützen können. Treten Sie der Jamf-Community bei, um Teil dessen zu sein, was Apple-Administratoren von kleinen Unternehmen bis hin zu Konzernen wie IBM und SAP wissen und lieben. Jamf kann Ihnen genau das bieten, was Ihr Apple-Ökosystem benötigt. Vielen Dank.